Herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind derzeit in der Kanalisation gefangen, haben aber eine nette griffkranke Gruppe gefunden, die uns helfen wird, rauszufinden. Also ist einer von denen, der auch gleichzeitig der Arzt ist von den allen. Und... Der ist ebenso nett. Ich hab irgendwie voll die Panik, der da drauf gehen wird. Clementine? Clem? Oh shit. Molly? Oh hey, du hast es zurück. Wer ist das? Er hat dir nicht gesagt, was ich? Entschuldigung, glaube ich. Ich bin derjenige, der auf ihn hat, als er mich versucht, nach der Rive. Wer ist das Fossil? Where ist Clementine? Sie ist hier irgendwo. Relax, ich habe sie und Kenny beide zurück. Sie sind zurück. Sie sind willkommen, von der Seite. Sie sind willkommen, von der Seite. Sie sind willkommen und sie haben etwas, was mir passt. Lee, danke Gott, dass du wieder bist. Christa, was ist falsch? Es ist Omid. Er hat mich verletzt. Much verletzt. Wir haben einen Mann verletzt. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Kannst du ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich will, was ich kann tun. Du, zieh mich zu ihm. Omid, honey. Du wirst alles gut sein. Lee hat einen Doktor gebracht. Okay, schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne eine Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von dir selbst zu betrachten hast. Ja, stimmt. Clementine. Clementine? Clementine, du hörst? Hallo? Hallo? Was machst du? Oh, you know. Just poking around. Du wirst nicht finden. Wir haben bereits den Ort. Du wirst dir überrascht, was die Leute missen. Trust mir, ich habe das schon lange gemacht. Du wirst dir überrascht. Du wirst mir bestätigen, was sie bei mir schreitst. Du fragst mir, bist du nicht. Du brauchst mir, ich bin nicht ihr Hauptraber. Er war kurz vorми, sie war wegen ihres Freundes und der Knochenlokon-Ton-Ton. Und der Knochenaudl connected mit ihr. Warum gehtscht ihr mal mit ihnen? Ah. Sag. Ich bin sicher. Ich will nur einen Clementine finden. Clementine? Das ist eine Idee. Ich habe Zeit für das. Nein, sie kann Geist mit seinen Filmen rein. Cleo? Ah, das ist so ein mehrtügiges Zimmer. Ah, das ist so. Interessant. Ich sehe sie da draußen. Clem? Clementine? Clementine, du bist hier? Wo ist sie? Clem, du bist hier drin? Hehehehe. Ich sehe sie nicht irgendwo da draußen. Keine Walkers. Was ist da hinten? Clementine? Hmm... Ich weiß nicht, was ist mit dem los ist. Wieso ist er um den Stahl? Ich meine... Kommen wir da nicht her? Doch, doch, da kommt... Oder? Ja, doch, da kommen wir her. Er sagt, er ist zu kurz... Kenny? Oh hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... What the fuck were you thinking letting Kenny get like this? Hey man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? To hell with you. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Clementine, where are you? But I can't even ask any other questions. Have either of you seen Clementine? Damn if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. The hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worst and Chris asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be on your ass. Wow. They had the hut. I don't think anyone came in through there. What? The doors are covered in the hut. I don't think anyone came in through there. Maybe it's... Where is this? Wow. That gave me such a light nerve. Man. Wow. Weep! Nice. Boy. I like the fanny girl. Holy shit. Swear. Ha 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 ha. All right. All right. Ich will eigentlich nicht sagen, aber ich bin schon Kenner, der ich nicht in der Nähe von diesem Boot haben werde, der besoffen ist, der Wichser. Oh, Mead's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Will? You want the good news or the bad news? Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now, hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me. You don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well-stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just got to push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. Boah, where the type goes on, then which game is a hate game? It's a hate game. Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. Yeah, it's going to be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omi better. And get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. No one else is going to die. I promise. You can't promise that. No, I guess I can't. I'm sorry. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? I don't think I'll find them in Crawford, sweet pea. Why not? Because they're good people. In Crawford, it's a bad place run by bad people. Well, I don't think they would have stayed in a place like that. How do you know they're good if you've never met them? Well, they raised you, didn't they? Can't I come with you? No. I think it's a bad idea. No. I'm sorry. Früh oder später wird es nachvollziehen können. Ja, jetzt können wir uns alle Werkzeuge in den Arsch stecken. Ich habe einen anderen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-Footer. Also? Also, wir haben ein Problem der Kapazität. Das Boot dieser Größe wird nicht mehr als fünf Leute sein. Selbst mit einem einem ein Kind. Ich, du, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly? Ich glaube, dass alle wieder zurückkommen sind, das ist noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molly entfernen. Before das Ende ist, wir müssen eine Entscheidung machen. Du bist nicht ernst. Schau, ich sage nur, wenn wir die beste Chance haben... Wer ist das? Das ist Bree, sie können uns helfen. Gut, wir brauchen alle die Hilfe, die wir bekommen. Ich war ein Studenten in der Schule, wo Crawford gehalten hat. Ich weiß die Ausstellung. Dann, was wir warten? Wir gehen. Wir gehen. Holden einen Moment. Oh, fuck. Du verstehst, warum du nachher musst, nicht? Ich glaube. Und du hast einen Job, ein Job. Einen wichtiges Job. Ich brauche dich hier und schau dir über die Haus. Über die Umgebung. Was muss ich tun, wenn etwas passiert, während du weg bist? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß, was zu tun. Ich weiß, was zu tun. Ich weiß, was zu tun. Ich weiß, was zu tun ist. Ich finde, es ist nicht ganz all zu klug, ein Kind und einen Kranken alleine in einem Haus zu lassen. Ich würde sagen, dass noch einer mitgehen sollte, ganz ehrlich. Lass uns das übergehen. Yay, sind Martin zum Zug. Wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen, und wir rauskommen, bevor jemand noch weiß, dass wir da sind. Entstanden? Wir können nicht gut sehen, mit dem Cover auf. Wir gehen. Wo ist jeder? Da sollte sich die Gäuern patrolen sein. Was? Du schuldigst? Es ist einfach verrückt. Ich glaube, ich sehe einen. Da drüben. Okay. Ich und Kenny, wir versuchen ihn zu entfernen. Die resten warten für unser Signal. Dann folgen wir uns. Jeder hat es? Okay, Kenny. Wir machen das. Das ist einfach. Keine Schreie, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Was ist das? Deswegen sind die Fälle wachen. Was ist ein walker hier drin? Was ist ein walker hier drin? Get inside! Fast! Was ist das? Was ist das? Die Kranke sind super. Kannst du das zuschauen? Was ist das? Du kannst ihn nicht mehr sehen. Das ist doch gut als meine. Scheiße! Was ist hier passiert? Ich dachte, dieses Ort sollte sich sicher sein. Was immer passiert, glaube ich. Im Endeffekt, die Möge immer gewinnen. Oh Mann, wir sind so screwed. Nein, das ist gut. Vernon ist richtig. Wir können mit Walkern einfacher als Armgarten. Gut. Ich verstehe. Wenn wir sie nicht in den Boxen können, können wir das immer noch machen. Der Plan hat nicht verändert. Der Plan hat nicht verändert? Every time Walkers show up, der Plan verändert. Hast du überhaupt eine Idee, wie viele von ihnen sind da? Nein. Du willst ein Headcount? Oder du willst was wir brauchen, und weg von hier raus? Komm schon, ich denke, ich weiß welchen Weg zu gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das Thema. Ich glaube, irgendwer wird gleich sterben. Und ich glaube, das ist so mit meinen Entscheidungen, wer drauf gehen wird. Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht. Ich bin noch im Endeffekt. Jetzt wird das Thema. Looks okay. Everybody in. Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Where would be the best place to look for medicine? Right here, nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Oh, oh, oh. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. What about the fuel? Where should I start looking? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. So, aber wie's weiter geht, werdet ihr erst in der nächsten Folge erfahren, da diese Folge jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Aber ich brauche schon irgendwie mal so einen Slogan, wie ich sowas beende. Das haben irgendwie alle großen YouTuber immer so... Irgendwie, habe ich immer so Begrüßungen und Verabschiedungen immer so ganz speziell. Ich brauche mir auch irgendwas ausdenken. Irgend so Bullshit. Auf jeden Fall, tschüss und bis zum nächsten Mal.